An Weihnachtstagen nimmt man trotz der vielen Leckereien durchschnittlich bloß um die 370 Gramm zu. Dabei werden von den Deutschen allein 24.000 Tonnen Walnüsse verputzt. Habe ich was denn mitgekriegt? Wer von euch verputzt bitte 24.000 Tonnen Walnüsse? What the fuck? Also ganz ehrlich, natürlich ist auch mir klar, dass dieser Fakt darauf basiert, dass es halt auf ganz Deutschland ist. Also diese 24.000 Tonnen. Dazu allerdings noch gesagt, mir war das vorher klar, dass man jetzt so extrem zunehmen kann an Weihnachten. Weil das der Körper von der... Das geht tief in dieses ganze Körperliche rein, also in dieses ganze Doktor-Technische. Ihr könnt mal euren Arzt fragen. Das schafft der Körper nicht. Deswegen scheidet er 90% dieses Zeugs wieder aus. Also, das ist jetzt der Lade. Dieses 90% ist jetzt von mir. Ich weiß nicht, ob es wirklich 90% sind. Das ist jetzt schon wieder ein Tank Past und ich schütze die Haut. Schatif? Dann kann man nicht mehr so da, dass es imêmesiraum ist.